Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Adventskalender. Heute ist der 9. Dezember. Gestern haben wir den Brunnen gebaut und heute geht es weiter mit dem Map Plus. Aber bevor wir hier das Bauen beginnen, habe ich einen neuen Skin. Den Skin hat CleverMax 3 gepixelt, also gemacht mit Paint 3D. Schaut gerne mal bei ihm vorbei. Der Link ist in der Videobeschreibung. Also der Marktplatz. Der geht irgendwie dann hier so. So. Irgendwie so in etwa. Dann kommt hier noch so ein etwaer Weg hin. Wenn man hier so genau hinführt. Und der gesamte Marktplatz wird aus Bruchstein. Das wird dann schon noch mit Befehl gemacht. Jetzt brauche ich erstmal hier diesen Weg. So. Dann baue ich erstmal hier noch einen Brunnen. So, die eine Seite haben wir schon fast. Erstmal alles weg. Und wieder aufdrüllen. Die Schneeblöcke bleiben da, weil auf das andere Zeug schneid's drauf. Aber weil da die Schilder sind wegen der Bank, kannst du da nicht hinschneiden. Deswegen kann ich die nicht wegmachen, weil sonst da kein Schnee ist. So. Hälfte ist fertig in etwa. Dann hier wieder alles weg. Nicht so tief. Wird gleich alles aufgefüllt. Dann. 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 ok den bereich hier haben wir jetzt schon mal der marktplatz ist geplant das war es auch schon wieder für heute morgen geht weiter wir machen hier am marktplatz weiter fahren vielleicht mal schauen danke fürs zuschauen bis morgen